Sie arbeiten jetzt schon ein Jahr bei uns. Was denken Sie, wie ist Ihre Arbeit bisher? Ich habe vor meinem Jahr hier locker sieben Monate auf der Toilette verbracht. Bezahlkacken gehen ist das Beste. Das war nicht, was ich gemeint habe. Ich habe wahrscheinlich schon so vier Millionen Tassen Kaffee getrunken. Das kostet der Firma wahrscheinlich das Achtfache von meinem Gehalt nochmal obendrauf. Ich rede die ganze Zeit mit Kollegen einfach nur, weil mir langweilig ist. Und dann können die auch nicht arbeiten. Ich bin die ganze Zeit in Meetings, weil es halt hart chillig ist. Und so lange kann mir halt niemand eine Aufgabe geben, zum Richtigen arbeiten. Ich habe extra das Büro in der Ecke, damit niemand meinen Bildschirm sieht. An einem Tag habe ich die ganze Trilogie Herr der Ringe geschaut und dafür sogar bezahlte Überstunden genommen, weil die gehen halt echt richtig lang. Ja, was haben Sie? In so einem Sunny-Raum, da mache ich jeden Tag einen Nap drin. Einmal habe ich einfach außer den neun Stunden durchgepennt, habe dann auch bezahlte Überstunden genommen. Ich habe mich echt so lang beschwert, dass ich so viel zu tun habe, dass die dann echt jemand eingestellt haben, der einfach meine Arbeit jetzt abnimmt, weil ich halt nicht so viel zu tun habe. Stopp, Sie wollen damit sagen, Sie arbeiten nichts, lenken alle Kollegen ab und kosten der Firma noch richtig viel Geld in den Kaffee. Genau, ja, so kann man sagen. Also, damit sind Sie ziemlich oberer Durchschnitt bei uns. Es wird Zeit für eine Beförderung.